Hallo meine Freunde, herzlich willkommen. Für mich hat sich nichts verändert, von der Uhrzeit für euch hat sich ja etwas am Tag verändert, aber wir steigen ein in die nächste Woche, ich habe meinen Shisha-Schlauch wieder parat. Los geht's. Uh, does somebody want to explain to me what's going on here? Give me a minute. Welcome to the new reality of BCW. Because of all your online hype, we sold out our usual allotment of tickets a few days ago, but since I'm an entrepreneurial genius, I pulled some strings with the school principal, allowing us to move the show outside, therefore doubling our capacity. Alright, alright, good work. But that's not all. See those fancy video cameras and that nice gentleman I was just speaking with? Uh, yeah. For the first time ever, BCW will be live-streaming our event around the world on pay-per-view, so anyone who's not lucky enough to see Buzz in person can still watch him do his thing from the comfort of their homes for a small but fair fee. Isn't it great? Uh, yeah, it's great. Question, who is Buzz? Oh, ha 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 ha. That's your new nickname. You know, because of all the social media buzz you're generating. Don't worry, you'll get used to it, Buzz. Ha ha ha. It's all turning into chicken salad, my friend. Uh, yeah. Speaking of making things not crappy, have you seen Cole? I feel like I should talk to him before our match tonight. Eh, he's around here somewhere. And, oh, by the way, your match with him tonight is now Fall's Count Anywhere. Thought you two could have some fun with all the extra space out here. Fun, yeah. You really have an odd definition of the word fun. There he is. The man who drowned in his own rising tide. Come back to apologize to me for stealing my shot at WWE and immediately throwing it away? Look, I am not apologizing for anything, okay? All I want to say is that we don't need to have each other's backs, but with what Baron is plating to do, the least we could do is have each other's respect. All right? So, are we good? Oh, yeah. We're so good, I thought I'd introduce you to my new character I'm trying out tonight. You remember how Matt Bloom didn't like Mr. CQ and decided to give you a tryout instead of me? Sure. Smart decision. I'm calling myself Black Hole Cole because I have an energy so intense, nothing can escape it. What? Oh, you don't like it? Why? I'm not a fan of masks these days. You know, I find it really interesting that I was attacked by somebody wearing a mask, and next time I see you, you have a mask. Not to mention, you also had all the motivation in the world to do it. You're right. It was me. So what are you going to do about it? You better tell me the truth right now. It wasn't me. I had a match that night, 300 miles away. I got the gas receipts to prove it. But I could have hired somebody to do it. What? There was a joke. Man, relax. You're real funny. Real funny. We'll see who's laughing after our match tonight. So, ich würde sagen, springen wir direkt ins Match. Wir gegen Black Hole Cole. Ich denke, er könnte es gewesen sein. Ich, allein von der Statur her, traue ich mir das eigentlich nicht zu. Er sieht jetzt nicht so wirklich aus wie einer, der irgendwie... Eben, ich glaube, der maskierte Angreifer war ein bisschen kräftiger. Black Hole Cole ist ja schon eher einer der schlankeren Zeitgenossen. Auf jeden Fall haben wir hier das Match jetzt gegen ihn. Wir sollen ihn in den gelben Bereich bringen und dann in der Eingangsrande mit dem Schlag treffen. Das ist es jetzt, wenn du jetzt leben unter einem Rock, und Black Hole Cole, und immerhin wertert er sich jetzt mal. Also, es ist nicht mehr wie beim ersten Match, wo er sich einfach überhaupt nicht gewertet hat und nur wir was zu machen hatten. Aber bringen wir ihn mal in den gelben Bereich. Oh. Oh, das war... Also, komm schon. Nach drei Schlägen will er uns hier schon zum Pin bringen. Ich glaube, da nimmt sich da ein bisschen viel vor. Aber es ist ordentlich am Prügel verteilen. Wo wir ihn irgendwie rauskriegen aus dem Ring, aber er wehrt sich da schon ziemlich gut. Aber wir kommen nicht mal wieder zum Konter. Dank der ausgeschalteten Begrenzung haben wir da ja immer wieder eine Möglichkeit. Also, komm her, Black Hole. Cole. Hauen wir nicht mal hier um. Und... Boom. Oh ja, jetzt haben wir es. Oh, shit. Oh nein. Das ist auch unser Auto. Wir müssen zur südlichen Absperrung und nicht dort mit dem Schlag treffen. So. Hin und her geht's hier. Hin und her. Oh. Das ist doch nicht der Fan, den wir getroffen haben. Bam. Oh ja. Jetzt können wir das Ganze hier beenden. Oh, fuck. Den Stuhl brauchen wir noch. Boom. So, jetzt kriegt er erstmal noch ein Signature. In die Fresse. Unser Knie. Boom. Und direkt hinterher der geladene Finisher. Und dann beenden wir diesen Kampf. Er kontert sich. Boom. Voll auf den Stuhl. Auf den Stuhl. Boom. Boom. Das muss das Ende sein. Das muss das Ende sein. Das muss das Ende sein. Chiri, komm schon. Eins. Zwei. Drei. Meine Damen und Herren. Das war's. Mit Black Hole. Cool. Ja. Das war's. Amazing. The live crowd loved it. You managed to avoid wrecking the principal's car. And the pay-per-view buys were off the charts. You two will be getting nice bonus checks in the mail for that. Oh, uh, I'll hand-deliver yours since the last time I checked, you can't send mail to Vans. That was quite the battle. It was. Sorry about your windshield. It's okay. Baron said he'd pay for it. Hey. You're a lot tougher than I thought you were. You proved that tonight. And I didn't really get it before, but now I'm starting to understand why they're calling you Buzz. It's pretty much just Baron calling me that. It's gonna catch on. You'll see. Well, my bad for getting fired up about the mask earlier. We good? We're good. That's great, guys, but don't get too friendly because you'll be facing each other again soon in an even bigger rematch. I just need time to build something. Baron, since when have you built anything ever? Well, I'm not actually building it myself, but I am designing it. In the meantime, I have some great opportunities for both of you to build off the success of tonight's show. Cole, an up-and-coming promotion in Japan wants you to go wrestle for them. Ho, ho, ho. Even Japan can't escape the energy of Black Hole Cole. Right. Actually, they explicitly said to not do that character. They just want Cole Quinn. And, Buzz, we are headed south of the border for a match versus Mexico's hottest luchador, El Mago. Es increíble. What? I took a few years of Spanish in high school. What? Guess that'll be useful on our trip. Hey, big things are happening for us in BCW. It's all coming together. Now, what do you say we bring it in for a big celebratory BCW handshake? Yeah. Oh! 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 Ha, ha, ha. Wakey, wakey, earthquakey! We're having an earthquake? No, no, no. I'm just playing the wrestler wake-up game, man. Relax. You might want to choose a less terrifying wrestler name next time. Yeah, noted. We made it. Already? It really didn't seem like we were driving two days. Gee, I wonder why. It's because you've been asleep the entire two days. Hey, I need my genius promoter rest. Uh-huh. How do you say I need a shower in Spanish? Necessita un shower? I don't know. I don't remember the word for shower. You're a lot of help. Did you see that? What? Whoa, whoa, whoa. Der maskierte. Der maskierte. He's here. I just saw him. Der maskierte, man. Das war er. War er das? Das macht er in Mexiko. So, how about you get some rest before your big match tonight? We need to keep all our momentum going. Can't have any setbacks due to hallucinations yet. That wasn't a hallucination. All right. Wait, stop, pull over. What? What is it? Did you see him? No. I want to try some authentic mexican street corn. You're the worst. Dann starten wir mal hier in den Kampf gegen El Mago. Dem mexikanischen Luchador. Wow. Wow. Was müssen wir überhaupt machen? Einen roten Bereich bringen und dann mit einem Schlag treffen. Okay. Machen wir das mal. Okay, wir werden ziemlich verprügelt von ihm bis jetzt. Aber wir können zurückkommen. Junge. Wow. Was geht denn bei dem ab? Okay, das sagt jemand. Scheint auch ein bisschen weh. Aber er steht wieder. Wir nicht. Er kontert da unseren Sprung. Aber wir treiben ihn zur Impotenz. Und noch einmal. Jawohl. Autsch. Das sagt, glaube ich, weh. Oh. Irgendwie schaffen wir das nicht ganz, die Sprünge bescheid hinzubekommen. Die kontert er irgendwie alle. Aber wir haben ihn gleich im roten Bereich. Dazu fehlt nicht mehr viel. Ein paar Schläge. Gleich noch ein Signature. Und noch einmal die Impotenzkeule. Und jetzt haben wir es haben. Junge, steh auf. Und dann kriegst du eine Faust. Hier. Boom. 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 Wow, 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 wow. Was macht der denn da? Was macht der denn da? Ist er das? Ist er das? Haben wir jetzt den maskierten Mann? Oh, shit. Haben wir ihn? Oh, shit, guys. Haben wir den maskierten Mann? Was? Er ist ein Fan. Er braucht nur die Aufmerksamkeit. Er ist ein Copycat. Er ist nicht der gleiche Mann. Lass ihn gehen. Autogramm. Für die scheiß Aktion. Ja! Kein Weg, Mann! Nicht heute Nacht, Mann. Well, your big Mexico debut didn't go quite as planned, but the match was still great up until the end. Any publicity is good publicity, right? You've still got the buzz going. I guess. I'm gonna take a shower. You mean... Ducha. I looked it up. So, this is what you had to build for our big rematch, right? What is it? A tetanus tornado match? Yep. It's a beauty, don't you think? I'd say it's more beast than beauty. Well, it's official name is The Scraptrap. Not only are we gonna have our biggest streaming audience yet, we're doing it in one of WWE's most iconic venues. It's like we're invading their territory. Man, I wish I could see the look on Triple H's face when he sees this. Where did this even come from? Where did you dig this up? All over. I salvaged it from other wrestling promotions, a junkyard scrap. That section is from WCW's Triple Cage. That is from an ECW cage. And I believe that side used to be an old prison fence. Pretty neat, huh? I think a better name would be Death Trap. This violates every health code known to mankind. Haha. Yeah, it does. Dann wollen wir mal das letzte Match, zumindest vorerst, gegen Cole Quinn. Wir sind zurück in den USA und jetzt schauen wir mal, ob wir hier uns noch irgendwie einen Tetanus holen bei diesem komischen Ekelkäfig da. Okay, er kann auf jeden Fall inzwischen kontern, aber wir auch. Und wir werden ihn vernichten, auch wenn er eigentlich ein ziemlich netter Kerl ist inzwischen, aber... Das hier ist das Showgeschäft und da... ...müssen wir ihm unseren Job tun und ihn vermöbeln. In honor of tonight's Scrap Trap Match, you are now here at the national star. Jetzt können wir ihn hier mal von da oben angreifen. Wir dürfen hier nicht aus dem Käfig, wir müssen hier über... ...Pinfall... ...down in Mexico. Oh shit. Oh shit. Über Pinfall oder eben Submission Gewinn. Also eben dabei bringt uns gar nicht die Chance, da aus dem Käfig rauszukommen. Oh Jungen, dann steh mal auf. Dann kriegst du jetzt das Knie. Du kriegst das Knie. Boom. Hammer bin geladen, Finisher ist es noch zu früh. Und wir wollen den Kampf mit diesem Finisher beenden. Was macht denn der dann mit uns? Was war das jetzt? Oh oh, er hat's Comeback. Er hat ein Comeback Move. Er hat ein Comeback Move. Wir schaffen es nicht, den zu kontern. Doch jetzt. Er blutet jetzt, er blutet jetzt. Hauen wir den geladenen Finisher raus. Hauen wir ihn raus und vielleicht reicht's dir dann. Füllen sie. Komm schon. Ja. Und küsst den Boden. Boom. Das muss es sein. Das muss es sein. Eins. Zwei. Drei. Ja man. Ja man. Wir gewinnen auch diesen Kampf hier. Ganz ganz stark. Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Intentionally. By Triple H. Triple H? How could he even do that? He and WWE's lawyers are claiming they have exclusive rights to broadcast from this venue. Dammit! And now we're getting flooded with refund requests. Don't think you're getting any bonus checks for this show, guys. I'm sorry. Does either of you know if you can return slightly used jet skis? I might have jumped the gun on purchasing a couple. We'll circle back to that later. First, Triple H unfairly pulls my contract from defending myself from an attack, and now he's trying to sabotage our business? We have to strike back. They have a team of lawyers and an endless supply of cash. You guys just competed in a cage made from an old prison fence. What could we possibly do to them? Well, you said it earlier. Tonight was like we're invading their territory, right? So, what if we actually did that? What do you mean? I mean, we hit Triple H exactly where it hurts the most by- Selling him used jet skis! Invading NXT! Invading NXT! Totally on the same page as you, Buzz. I don't know about this, guys. It seems risky. Why? We've both been rejected by WWE, so... What do we have to lose, right? And this is what you wanted, Baron. You wanted this. You said it yourself. Our plan was to stick it to Triple H. So what do you say? I think we're gonna need a really big stick? That's what I'm talking about! You said it. That's pretty good. So we're gonna need NXT to do the show. We'll do that a little bit more. But we'll do that all. A few days later. In the next episode. Until then, go ahead. Bye.